Näh! Näh! Ach man! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Was redest du? Was redest du? Bruder, warum ist dein Kopf so weiß? Bruder, wie weiß ist auch so... Nein! Weil da keine Sonne reinkommt! Näh! Das war's! Mach das doch! Iiiiiiiiiiiiiii! Oh mein... Iiiiiiiiiiiii! Oh Bruder, ich kann nicht... Digga, das war's! Ich gehe lieber so... Das war's! Ich verlese jetzt einfach... Er versteckt... Digga, was? Halt deine Presse, Mann! War das schon heavy, Bro? Iiiiiiii... Oh mein Gott... Das ist heavy, Bro! Iiiiiiiiiiii... Bruder, tschüss! Daniel Mahlen! Hahahaha! Alter! Wie glatt ist dein Kopf? Digga, wie sieht das aus? Die machen viel zu schnell! Die müssen sich lustige Frisuren noch dabei machen! Hä, Digga, aber... Was? Alter! Was redest du? Malen! Das ist doch ein Witz gerade, ja... Einfach malen, Bruder! Hä? Sein Kopf sieht Stabül aus! Chat, ich finde das sieht Stabül aus! Und jetzt geht die Maschine leer! Boah! Mach Zupf! Iiiiiiii... Digga, das sieht halt leider Stabül aus! Mach Zupf! Ja, ich sag auch, es kommt cool! Mach Zupf! Ich wusste, kommt! Er hat gute Kopfform, ja man! Hä? Er sieht cooler aus als davor! Ich sag auch, es ist cool! Er hat mies gute Kopfform! Ich fühl cooler als davor! Hä? Nein! Hä? In einer Woche sagt jeder, das Safe sieht gerade besser aus! Bruder, er sieht jetzt schon besser aus als davor! Ja, ich finde auch! Er hat riesen Kopf! Wie ist besser? Man denkt, er hat so richtig kurz einen Buzz-Cut so! Das kann sein, die krasseste Maschine der Welt, ja! Bruder, der geht alles ab!